Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um das Thema Erkältung. Ich will dir ein paar Tipps von uns geben, was wir machen, wenn Erkältungszeit ist, dass wir schneller gesund werden. Auch uns trifft es natürlich hier zu Hause mit der Erkältung. Ich habe jetzt ein paar Punkte aufgeschrieben, was ich mache zu Hause, was uns hilft und hoffe, dass ich dir damit helfen kann. Also als ersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben Thymian. Thymian wirkt schleimlösend und antibakteriell. Was mache ich da? Ich gehe zum Bioladen und kaufe mir gerebelten Thymian. Wir haben es aber auch im Garten. Also mein Vater hat einen Garten, wenn ich mal da hinkomme. Im Winter gehe ich sehr selten dahin, weil es alles so matschig ist. Mag ich nicht. Also Thymian kaufen in der Tüte. Es ist dann gerebelt, so eine kleine 30-Gramm-Tüte oder so. Und du kannst sie damit in Tee machen. Einen halben Teelöffel auf einem halben Liter Wasser kochen, trinken. Kannst du auch für die Kinder geben. Dann inhalieren wir das. Bitte mal schaut es her auf. Meine Kinder spielen hier drumherum. Okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Das hört man nachher in der Kamera. Dann kann ich hier das Video nicht fertig machen, mein Schatz. Ja, lass mich gerade das Video fertig machen. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Wir bleiben bei dem Punkt Thymian inhalieren. Wie mache ich das mit den Kindern? Ich koche ungefähr eineinhalb Liter Wasser. Gebe das dann in eine Schüssel rein. Muss man wirklich vorsichtig sein. Die Kinder wissen es. Der Kleinste bei mir ist mittlerweile drei. Deswegen geht es. Wenn du ganz, ganz kleine Kinder hast, die ein Jahr alt sind, die zwei Jahre alt sind, dann kannst du dir so einen Inhalator kaufen. Ist auch nicht teuer. Ich habe beim DM letztens einen gesehen, das glaube ich 8 Euro oder so bekostet. So einen ganz kleiner. Und den kann man sich auch an die Nase halten, also bei kleinen Kindern. Ich mache einfach eine Schüssel auf den Tisch. Und da ist dann das heiße Wasser drin. Ich mache dann 1-2 Esslöffel Thymian rein. Und das sollen sie dann einatmen. Und die finden es total lustig. Es ist ja auch voll entspannend. Einfach den Kopf drüber. Du machst dann ein Handtuch über den Kopf und einatmen. Das löst nochmal den Schleim. Und wie gesagt, wirkt auch antibakteriell. Finde ich super gut. Besser als irgendein Medikament aus der Apotheke. Nächster Punkt ist Fußbad. Das fördert die Durchblutung in den oberen Atemwegen. Ich mache das, ich kenne das schon seit meiner Kindheit. Das hat meine Mama immer früher mit uns gemacht. Wenn sie merkt, wir kommen von draußen, es war kalt und wir frieren, dann kriegen wir immer so einen Eimer. Immer einer nach dem anderen. Wir sind ja vier Kinder. Dann konnten immer zusammen, zwei, meine Schwester und ich immer, die Füße ins heiße Wasser. Wenn wir fertig waren, Wasser umgekippt, nochmal neues heißes Wasser. Und dann meine Brüder zusammen ihre Füße ins Wasser rein. Machen wir auch. Es hilft einfach dem Körper, dass er warm wird. Gerade wenn du jetzt aus draußen kommst und du merkst, Hachi, Hachi und die ist so kalt. Hilft das ganz gut. Und die Atemwege werden ein bisschen besser durchblutet. Nächste Sache ist Salzsohle. Was eine Salzsohle ist, darüber hatte ich mal ein Video gemacht. Die müsste schon zwei Jahre alt sein, werde ich dir unten verlinken. Warum wir kein herkömmliches Salz aus dem Supermarkt kaufen und warum wir Salzsohle benutzen, sage ich alles in dem Video unten. Mit der Salzsohle kannst du kochen, kannst deine Rezepte anreichern. Also statt Salz benutzt du diese Salzsohle. Das sind so Steinbrocken. Ich rede schon wieder zu schnell. Das sind so Steinbrocken. Und die gebe ich dann einfach in Wasser rein, lasse sie so stehen. Und das Wasser ist dann total salzig. Das ist so eine Salzlösung. Und das nehme ich dann esslöffelweise oder teelöffelweise ins Essen rein. Kannst du aber auch, wenn du krank bist, gurgeln. Das benutzen wie immer. Ist extrem salzig, schon ein bisschen ekelhaft. Aber wenn du damit gurgelst, betötest du einfach Viren und Bakterien, die da in deinem Hals rumschwirren. Die können in diesem Milieu nicht mehr überleben, wenn da so Salz ist. Das kannst du aber auch, wenn du inhalierst, in diese Schüssel reingeben. Kannst du auch nochmal 1, 2 Esslöffel Salzsohle. Und dann ist es so, als wärst du in einer Grotte. Dann hast du diesen Dampf. Und dann ist dann das Salz drin. Und es atmest du ein. Es entspannt total und löst den Schleim und tötet Viren und Bakterien ab. Wie gesagt, wenn du ganz kleine Kinder hast, ist es immer blöd mit dem Inhalieren in der Schüssel. Dann kaufst du dir einfach so ein kleines Ding, also so ein Gerät. Oder was wir gemacht haben damals, wo wir es nicht hatten, wo ich noch keinen Plan hatte mit so einem Ding. Also mit diesem Gerät, dass es auch einen kleinen gibt. Da ist mein Mann immer erstmal baden gegangen oder ich, also einer von uns beiden. Und da war das Bad halt immer total verdampft. Und wir haben das Wasser dann auch so gelassen und sind mit den Kindern einfach rein. Dann haben wir ein bisschen da, dass sie diesen Dampf einfach einatmen. Das tut auch nochmal ganz gut und löst den Schleim. Der nächste Punkt sind Zwiebeln. Daraus ein Saft machen ist ein sehr guter Hustensaft. Wenn einer erkältet ist und Husten hat, löst auch nochmal den Schleim. Wie ich den mache, da ist auch nochmal ein Video, das werde ich dir unten verlinken. Aber ich erkläre es dir auch nochmal ganz schnell. Zwiebel einfach klein schneiden, in ein Glas geben. Du kannst das mit Wasser bedecken, ein bisschen Honig reinmachen. Wenn du kein Honig möchtest, weil du jetzt komplett vegan bist, machst du Zucker rein. Das vermischst du und lässt es einfach stehen ein paar Stunden. Und dann kannst du das für zwei Tage, ich lasse es dann meistens im Kühlschrank stehen. Und kurz bevor wir es benutzen, holst du es nochmal raus. Esslöffelweise deinem Kind geben oder auch selber trinken. Löst auch nochmal diesen Schleim und ist sehr gut gegen Husten. Du kannst aber auch die Zwiebeln klein schneiden und eine Socke reinmachen. Machen wir auch immer, wenn die Kinder erkältet sind. Weil dieser Dampf, diese Gase sind auch nochmal ganz gut. Ich kann dir gar nicht wissenschaftlich erklären, warum. Aber bei uns, also das Zimmer stinkt immer bei uns. Aber es lindert den Husten und macht die Nase frei, wenn wir das einatmen. Mein Sohn zeigt mir gerade sein Ohr. Ich mache es auch manchmal, dass ich es ihm ans Ohr mache. Wenn er Ohrenschmerzen hat, einfach die Zwiebeln klein schneiden. Du kannst sie auch nochmal ein bisschen glasig dünsten, die Zwiebeln. Dann wird es schön warm in die Socke rein und ans Ohr halten. Schön warm und beruhigt das Ohr und ist sehr gut auch gegen Mittelohrentzündung. Der nächste Punkt ist Einlauf. Davor scheuen sich total viele Menschen, nicht auch jahrelang. Aber musst du unbedingt ausprobieren. Einlauf ist sehr gut bei Fieber. Es senkt das Fieber bei uns. Ich darf jetzt hier nicht sagen, mach das und es senkt deinen Fieber. Das dürfen wir ja hier nicht. Ich erzähle dir jetzt wirklich nur von meinen Erfahrungen. Einlauf bei Kindern kannst du super gut machen. Da gibt es extra so Einlaufgeräte bei der Apotheke. Da gibt es auch so kleinen Ball. Wir haben so einen Clistierball. Für den ganz Kleinen hatten wir den gehabt. Der ist jetzt auch schon zu klein für ihn. Und einfach warmes Wasser. Ein Einlauf machen mit warmem Wasser. Wie du einen Einlauf machst. Dazu gibt es Videos auf YouTube. Da will ich jetzt kein extra Video machen. Und hilft bei Erkältung, bei Grippe, bei Fieber. Bei uns hat es immer geholfen, schneller gesund zu werden, weil der ganze Mist rauskommt aus dem Körper. Wenn du einen Einlauf machst, kommt halt viel raus, was sonst so nicht rauskommen würde. Und damit hilfst du ganz schnell, deinen Körper schneller zu entlasten. So, nächster Punkt ist, das habe ich hier hingeschrieben, Ruhe. Wissen wir alle, dass wir Ruhe brauchen. Aber jetzt geht es speziell um dich als Mutter. Wir Mütter, wenn wir erkältet sind oder krank sind oder Grippe haben, müssen wir trotzdem oft funktionieren. Der Mann geht arbeiten. Du hast die Kinder. Du musst für die Kinder kochen. Du musst sie anziehen. Du musst den Clown spielen. Mein Schatz, hör auf bitte. Das hört man an der Kamera. Guck halt, dass du dich so viel wie möglich ausrufst. Du kannst ja einiges schon vorkochen, zum Beispiel viel Suppe machen. Von mir aus Brot. Schon mal vorbereiten oder einkaufen. Und dann können die Kinder einfach ein belegtes Brot essen und dann hast du noch ein bisschen Suppe. Aber du legst dich hin. Du lässt die Wäsche. Du lässt das Geschirr. Egal, was dein Partner sagt. Es kommt immer darauf an, wie der Partner ist. Natürlich haben auch einige Frauen Partner, die sind jetzt nicht so verständnisvoll. Aber wenn es dir schlecht geht, dann musst du für dich verständnisvoll sein. Du musst dich selber lieben und respektieren, dass du Ruhe brauchst. Mach den Fernseher an. Ich bin total gegen Fernseher. Aber wenn ich krank bin, dann lege ich mich hin. Mach den Fernseher an und die Kinder um mich herum und dann können sie den ganzen Tag fernsehen. Ist mir dann egal. Ich bin müde. Ich lege mich hin. Suppe ist dann schon bereit. Die können dann ein Brot essen, auch wenn ich jetzt weiß, dass das Brot nicht das Beste ist. Aber es geht erstmal um mich. Wenn ich mir diesen Tag Ruhe gönne und das Geschirr bleibt liegen, der Boden ist, ist das Boden, der Boden. Ja, doch, der Boden ist dreckig. Die Wäsche bleibt liegen, Geschirr bleibt liegen. Es ist zwar unangenehm. Ich fühle mich dann unwohl, aber ich werde schneller gesund, weil mein Körper hat die Möglichkeit, sich auszuruhen. Bevor ich durch die Wohnung renne, dann bleibe ich eine Woche krank. Aber wenn ich mir wirklich diese Ruhe gönne, dann bin ich nach einem Tag wieder gesund. Also unbedingt schau, wie du das machst. Du entscheidest darüber. Klar, entscheiden die Kinder mit, weil du musst dich um sie kümmern. Du musst dich vielleicht wickeln und stillen und musst nochmal raus einkaufen, wo du eigentlich schlafen gehen möchtest. Aber Arbeiten, die nicht sein müssen, die lässt du liegen, muss nicht unbedingt sein. Dann, der nächste Punkt ist wenig essen. Das ist auch so ein Punkt. Teste es für dich aus. Bei uns, also es ist eigentlich in der Natur des Menschen, wenn er krank ist, möchte er nicht essen. Der Körper reguliert sich. Ja, er möchte dann fasten. Warum? Wenn du nichts isst, hat der Körper die Möglichkeit, alle Zellen zu scannen. Und wenn er eine beschädigte Zelle findet, dann tut er sie reparieren. Das ist in der Natur ganz normal. Schatzi, hör auf, du machst da Quatsch. Dann muss ich lachen. Jetzt bin ich total raus. Die machen nur Quatsch, die Kinder. Aber sie sind sehr ruhig. Man denkt, da ist niemand. Schatzi, hör auf. Echt jetzt. Wo war ich? Genau, Fasten. Also wenig essen, wenn du nicht das Bedürfnis hast zu essen. Und wenn du merkst, dass deine Kinder auch nicht das Bedürfnis haben zu essen, lass sie. Sie müssen nicht essen. Sie sollten trinken. Da komme ich erstmal schon mal auf den nächsten Punkt. Kokoswasser hilft bei Fieber. Es senkt bei uns das Fieber. Es hat ja Elektrolyte. Das heißt, es sorgt dafür, dass man nicht austrocknet. Es hat viele Mineralien. Und es schmeckt süß. Da trinken die Kinder gerne. Problem, was ich immer hatte, wenn die Kinder krank werden, bis ich das Kokoswasser bestellt habe. Ja, dann ist es eine Woche später da. Wenn ich aber merke, dass die Kinder langsam krank werden und ich sie schon bestelle heute und es ist in vier Tagen da, dann ist es super. Ansonsten im Asiamarkt gibt es, manchmal gibt es auch beim Rewe, Wasser. Da können sie trinken und sie müssen nichts essen. Schatz, was machst du da? Auch für dich. Ja, du, es reicht, dass Kokoswasser reicht. Musst du nicht unbedingt essen. Und wenn du isst, dann guck, dass es etwas ist, was deinen Körper nicht stark belastet. Also keine tierischen Produkte. Darauf würde ich verzichten, wenn du krank bist. Du sollst jetzt nicht unbedingt wegen mir vegan werden, aber probier das aus. Wenn du krank bist, wenig essen. Am besten pflanzliche Lebensmittel. Und dann merkst du einfach, dass du schneller gesund wirst. Weil der Körper bei tierischen Lebensmitteln wird er übersäuert. Also er ist übersäuert den Körper. Und der Körper braucht sehr lange, um es zu verdauen. Es ist viel Arbeit. Da braucht er wieder viel Energie. Aber die Energie soll er ja in deine Gesundung reinstecken und nicht in das Verarbeiten bzw. in das Verdauen. Der nächste Punkt ist dann Entspannung im Kopf. Auch sehr wichtig, wenn im Kopf dauernd rumschwirrt. Oh Gott, die Wohnung sieht so scheiße aus und ich bin so krank und was soll ich tun und bla bla. Das belastet und das verzögert nochmal das schnelle Gesundwerden. Wenn du deinem Kopf Ruhe gibst, indem du einfach, wenn ich jetzt sage meditieren, viele Mütter denken, ich kann ja nicht meditieren mit meinen Kindern. Schatz, was machst du da? Okay, du darfst deine Hand zeigen. Das ist okay. Wie mache ich das, wenn ich merke, dass mein Kopf gleich explodiert voller Gedanken und voller Stress und voller Sorgen? Dann achte ich darauf auf meinen Atem. Also ich mache den Kindern den Fernseher an, setzt mich dazu. Wovor ich mir jetzt Sorgen mache, weil die Wohnung kacke aussieht und weil ich noch so viel zu tun habe, dann achte ich auf meinen Atem. Ich lenke meine Gedanken auf den Atem. Tief einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund und entspannen. Du merkst, wenn, also die Gedanken kommen immer wieder woanders hin, aber du lenkst dich zurück auf deinen Atem und du merkst diese Gedankenpausen, weil dann kommt dein Gehirn Pause vom Denken und das entspannt und beruhigt den Körper. Und der hat die Möglichkeit, sich wirklich auf die Erneuerung der Zellen, auf das Gesundwerden zu konzentrieren. Wichtiger Punkt auch. Der letzte Punkt, und dann sind wir auch fertig und dann kann ich mit euch spielen, die süßen Mäuse, ist, was wir zu Hause nehmen an Supplementen, um schneller gesund zu werden. Vitamin D, ich nehme es unregelmäßig, ich vergesse es auch bei den Kindern, ich vergesse es leider immer wieder. Aber ich achte darauf, dass sie es trotzdem immer wieder mal nehmen. Also heute vergesse ich es, morgen kriegen sie es, dann vergesst du wieder drei Tage, dann kriegen sie es wieder. Vitamin D, ich nehme 20 Tropfen täglich in Kombination mit Vitamin K. Ich schreibe dir auch nochmal unten genau, wie ich das nehme. Dann OP-C, nehme mein Mann und ich auch, da wirst du auch viel schneller gesund. Das merkst du total, das ist ein Traubenkern-Extrakt. Und ja, nächster Punkt ist Vitamin C, wissen wir auch alle. Wir nehmen es dann auch etwas höher dosiert. Ich kaufe meins aus dem Regenbogenkreis, ich bin da zufriedener Kunde. Ich erzähle ja immer vom Regenbogenkreis. Die anderen zwei Dinge habe ich woanders bestellt, werde ich dir auch nochmal alles verlinken, woher ich das bestellt habe. Wird dir auch nochmal den Thymian und alles, was ich da alles benutze, werde ich dir auch nochmal alles unten verlinken. Das sind die Dinge, die wir benutzen, um schneller gesund zu werden und um überhaupt dann schneller fit zu werden. Falls du weitere Fragen hast zu diesem Thema, schreib sie mir unten. Ich wünsche dir Gesundheit und dass deine Kinder und du fit seid und schneller gesund seid und einfach glücklich seid. Ich wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!